...übrig ist Fellspring, Fellwinters Geist. Unsere Geister sind wundersame Dinge. Und viel zerbrechlicher, als wir glauben wollen. Ihr Datenkern ist immer noch aktiv. Hüther, ich erstelle eine Datenverbindung durch deinen Geist direkt zu Rasputin. Alles klar, wir... Moment. Rasputin versucht etwas zu sagen. Er hat sich... ...verändert. Rasputin? Du klingst wie... Wie Clovis? Ja, ich habe sein Stirnmuster übernommen, um sprechen zu können. Und was ich zu sagen habe, kann nicht warten. Ich sehe es deutlich. Schemata zeichnen sich ab. Berechnungen von Bedrohungen ergeben eine düstere Wahrheit. Ihr alle seid in großer Gefahr. Schemataes 2012sten-Bedirohungen und thrist höchst. Bis zum nächsten Mal. Das wurde mir Adams wieder verlangt. zhut. Vielen Dank.